G-I-H-K? Was soll denn das sein? Nee, hab ich noch nie gehört. Muss ich passen, aber erklären Sie gerne mal. Ich finde ihn gut, weil er mich aufmutert und dass man mehr als Team arbeiten kann und so. Ich hab, also mein Werfen hat sich ein bisschen verbessert. Seitdem ich im Sport mitmache, bin ich pünktlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich mache Handball. Und ich spiele Montag und Dommestag. Und dann habe ich Training. Ja, mache ich weiter Sport. Ich möchte mal Fußball machen. Ich habe eine neue Heimat in Sport gefunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.